He's getting up. All games lie. Telekom Basketball. Jetzt mit NBA und Euroleague. Vorteile erarbeiten. Irgendwie. Wieder schöne Finte. Strelnyx, das ist ein zweiter Chance. Punkt. Und er tut weh. Und Henry mit dem nächsten Turnover. Die Bamberger zaubern jetzt! Jetzt mit der Tätik! Das ist das. Nur Nachmittag. 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 Vielen Dank.